Chemische Peelings, zu denen auch Fruchtsäure-Peelings zählen, werden immer beliebter. Doch was genau ist ein Fruchtsäure-Peeling eigentlich und wie wirkt es? Statt der Peeling-Körnchen, die über die Haut gerubbelt werden, kann die Säure eines Fruchtsäure-Peelings in die obersten Schichten der Haut eindringen. Dort regt sie zum einen die Bildung neuer Hautzellen an und löst abgestorbene Hautzellen. Zum anderen wird die Kollagenbildung angekurbelt und der natürliche Regenerationsprozess der Haut unterstützt. Der Effekt? Gesunde neue Haut kommt zum Vorschein und der Teint wirkt frischer und strahlender. Bei regelmäßiger Anwendung sollen außerdem feine Narben, Falten und Altersflecken gemildert werden. Empfohlen werden Fruchtsäure-Peelings in der Regel bei normaler bis trockener Haut. Fruchtsäure-Peelings richtig anwenden – so funktioniert's. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Fruchtsäure-Peelings, die zu Hause angewendet werden können. Vor dem Auftragen wird das Gesicht gründlich von Make-up befreit und gereinigt. Je nach Produkt wird nach der Reinigung eine kleine Menge des Fruchtsäure-Peelings entweder auf der trockenen oder feuchten Haut aufgetragen und sanft einmassiert. Ganz wichtig! Sofern ihr euer Peeling nicht abends verwendet, solltet ihr anschließend immer einen Sonnenschutz auftragen, da die Haut nach der Anwendung besonders sonnenempfindlich ist.